ich muss gerade reden hallo und grüß euch bonjour und welcome beim neuen intro von Hölden Productions wie gewohnt könnt ihr euch durchklicken durch die seite www.hölden.at da findet ihr alles was das jetzt begehrt was wir bisher produziert haben es gibt natürlich die neue cd jetzt im pressformat und auch gleich die zweite cd auf ebay überall gibt es zum kaufen zum streamen auf spotify auf dieser überall im moment arbeiten wir auch schon am dritten album damit die trilogie endlich voll ist es gibt vieles zum anschauen zu unseren partnern zu unseren vorhaben zu unseren projekten ihr habt sicher spaß und wir erwarten sehnsüchtig in einer halben stunde den ersten live stream vom die time radio in bayern das heute zum allerersten mal weltweit unseren nummer eins hit ausstrahlt und ich hoffe ihr seid dabei hier ist der link zum stream und ja viel spaß und bis zum nächsten mal fiat euch und immer schön Hölden aufbleiben ciao 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 ciao